Noch ist es zu, ja, aber das wird sich jetzt dann gleich ändern. Das ist die sogenannte Ruhe vor dem Sturm. Alles startet, langsam erheben sie sich, aber wenn es jetzt dann mit dem Bürgermeister klappt und ich hoffe es klappt, dann haut es hier richtig los und wir sind dabei. Wir haben als einziges Zelt auf der Wiesner Anzapferin, deswegen einen großen Applaus für unsere Amelie. Amelie ist nicht nur hübsch, sondern auch stark. Wie viele Schläge brauchst du heute? Mindestens 20. Oh ja, ich glaube wir warten heute ein wenig aufs Bier, aber du gibst dir schon Mühe. Ich versuch's. Gut, dann warten wir mal. Eins. Vier Schläge. Vier Schläge hat er braucht, auf geht's Amelie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, drei, unser Team hat man Fälle gewiesen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018